So dürfte eine Dame doch nicht reden. Ich kann doch jedermann kaufen. Ich ging nicht für 5000 Rubel zu Mietja, oder? Es ist zu spät. Sagst du das, weil die Leute so schlecht über mich sprechen? Sie glauben, dass mich jedermann kaufen kann. Ich würde den Rest meines Lebens hinnehmen. Für ein Jahr.